So, 11. November, Silbersee, Langenhagen. Und ich zieh mich aus. Was mach ich hier? Dreies Eisschwimmen-Training. Und gleich geht's los. Die Leute sammeln sich schon alle, um unbedingt ins Wasser zu wollen. Ein paar andere Ungläubige, die auf der Bank sitzen, können das einfach nicht verstehen, was hier abgeht. Noch wird gelacht. Also, es geht los. Die Langenhagen hat sich schon bereits. Wenn du bereitst? Langenhagen wird wiederholfen. Los geht's? Los geht's! Los geht's. Los geht's! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.